Hallo und herzlich willkommen! Ja, es klappt sogar, super! Äh, ja, ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Ansage machen, und zwar seht ihr ja alles schon irgendwie in der Beschreibung hier oben und so, blablub, ich wollte ein bisschen zwischenlabern. Ich hab heute Abend Bock zu streamen, wer zugucken möchte, kann das tun. Äh, Link überall da, Beschreibung und so ganzen Scheiß, kennt ihr schon. Ist ja nur ein Ansagevideo, eigentlich ist doch völlig egal, ob ich überhaupt was sage, könnt auch einfach nur Musik unterspielen oder so einen Scheiß, mach ich aber nicht, weil irgendwie, ich kann mich selbst so gerne reden. Äh, ja, also ich spiele heute keinen Hearthstone wahrscheinlich, es sei denn, es wird sich so derbe gewünscht, ich will einfach so ein bisschen random, äh, streamen, mit so blödes Zeug quatschen und so weiter, weil ich dachte, ach, ich muss mal wieder was von mir hören lassen, da ich gerade nicht so dazu komme, äh, wirklich was zu machen. Wiederum, äh, warum das jetzt schon wieder so ist, äh, kann ich euch nachher sagen. Äh, aber egal, ähm, ich fang dann erst wieder an, wenn ich wirklich komplett Zeit hab, sonst bringt das nix, es kommt da wieder alle paar Wochen im Video. Ähm, ja genau, also auf jeden Fall jetzt, äh, random irgendwas, ich hab mir schon ein paar Sachen überlegt, die man spielen könnte, aber ich mach's auch gerne nach Wunsch oder sowas. Ein bisschen Kleinkram hab ich mir überlegt. Ähm, genau, ähm, dann würde ich sagen, Tschüss! Und bis nachher vielleicht, wenn ihr mich lieb habt. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020